Hallo, du musst jetzt wieder mitten in die Anmoderation reden, du Schmock, was, nee, ich mach nicht noch eine, ich mach nicht noch eine, ja, jetzt hast du es verschissen, so, wir sind jetzt hier mit dem sehr höflichen Herr O, dem sehr höflichen Fabian und dem anderen Schmock. Halt die Fresse, du Wichser. Und? Und Dirty Socks haben wir mit dabei. Dirty Socks, ja. Dirty Socks, tränkische Socken. Was machen wir? Außen. Außen. Todesritt. Achtung, ich flasche, gucke nicht hin. Guck dann. Hingeguckt. Hey, hey, guck. Erster. Wo sind die Bombe? Oh, ich hab sie nicht gekaut. Lauft ihr eigentlich auch mal? Sie haben die Bombe? Wollt ihr mich verarschen? Wieso hab ich jetzt die Bombe? Warum kann ich denn nicht so rechnen? Ach, komm, fuck, ey. Jetzt wollte ich durchlaufen, kommt mir echt einer entgegen. Ach, Leute, wie, ihr seid doch. Wir haben eigentliche, oder? Das war ja, aber geil. Aber wie viele Hits habe ich einen verteilt? Da habe ich einen verteilt. Warum seid ihr denn auch hinter dem Container stehen geblieben? Ich bin da hervorgelaufen und dann wurde ich getötet. Voll viel, die Hits verteilt. Und was passiert hier? Ja, lass mal innen nach A gehen direkt. Also direkt auf A. Nein, immerhin hat er noch nicht gemeckert jetzt. Das war alles. Ja, der andere hätte schon geschrieben. Ey, ihr Wichser, ey. Retard. Idiot. Wo ist denn A? Ist oben. A, O, ja, oben. A, O, I, O, A. Guckt oben. Heaven, Heaven, Heaven. Ah, ja. Machen wir haben. Toll. Hast ich. Lens. Klar, Main. Loll. Der mich gedrückt hat. Die mir gedrückt haben, beide, ey. Ja, Heaven ist das noch. Ich sag's noch, ey. Heaven war ja eine. Radio, komm. Heaven ist noch eine und, äh, Main. Der Bombe geblendet bei B. What the fuck? Dirty socks, wenn ich dich das glauben. Komm, wir mal machen. Eins gegen vier. Mit ner Glock. Ja. Wir sind alle tot, ne? Bringt nix mehr zu schreiben, do. Ich frag mich, was mit dem Typen los ist, Alter. Die sparen aber ordentlich, ne? Die haben kein was gekauft. Die drücken ja auch, der aber, Alter. Das ist richtig anstrengend, Mann. Keine Ahnung, was mit denen los ist, Mann. 100 Stunden. Ich glaub, es ist ein Full-Team, glaub ich, irgendwie. Hm. Ja, natürlich. 100 Stunden, 200 Stunden, ne? Naja. Keine Ahnung, ich spiel das Spiel wieder das erste Mal seit einer Woche oder zwei. Keine Ahnung. Richtig anstrengend, denke ich. Ich hab überhaupt keine Aim, einfach überhaupt keine Aim. Ich hab einfach mal ne Galle gekauft. Dreckige Galle. Noch mal? Vielleicht. Öff. Ja, ey, lass es zu B geben. B, gut. Ich krieg jetzt nen Header, ich speise es einfach. Einer ist da schonmal. WTF? Kill den? Ja, wo ist? Wo war der denn? All unten. Oh, wie der mir so ein Fortein gibt. Ja, links. Oh, vom Radio kommt da einer. Ja. Das ist schlecht. Guck du. WTF? Zwei. Hallo. Wiu. Da kennt er es, ne? Das ist nix, so. Ja gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben einfach nicht, ich hab im Moment einfach nicht den Ganskill dafür. Das bringt nichts. Ja okay, ich glaub, die Runde werden wir echt hart verkacken. 16-0. Glaube ich auch. Ja, wie oft, ne, wenn wir hier auf Nuke sind. Ich weiß gar nicht, wer da immer spielen will. Echt haben wir Nuke auf verloren? Das weiß ich gar nicht. Da war ich bestimmt nicht dabei. Red ich nur raus. Nochmal A vielleicht? Ja, ja. Ja, ja. Lassen wir direkt alle auf Heaven schießen. Direkt dann einfach. Direkt? Ja. Geil. Klappt ja. Ja. Ich bin tot. Mein Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab den nicht einmal getroffen. What the fuck? Ey. Alle leben noch? Hm. Kann doch wohl nicht wahr sein. Kann man mal machen. Okay, komm, ich glaube, er war gut. Ich glaube, er hat die Idee, was wir auf der Map machen können, weil die Map einfach absolut... Okay, die Map ist halt scheiße, wenn wir nicht so sagen, so... Also, als T ist die Map halt echt nicht schön zu spielen, wie ich finde, ja. Ja, das ist, Leute. Da kann man schon mal 15 Minuten verlieren. Man soll doch einfach mal jetzt hier die Waffe zerlegen. Alter, hol der die mal weg, oder was? So, mal komischer Movie. Kann man mal machen. Ja. Pst. Gut, dass uns, Kevin. Auch gerne noch zweimal. Ja, das reicht nicht mehr. Dann A.C.E. Hat er einen A.C.E.? Hatt er einen A.C.E.? A.C.E.? Ja, A.C.E., wo die wieder will. Achso. Was soll das? Dann hat er eins. Ist er nicht Arche? Arche! Arche, genau. Arche, die milde Bleiche. Ja, keiner lacht. Deine Mutter lacht. Keine Mutter lacht. Keine Mutter lacht. Nachdem ich hust, hust. P90 hier. Jetzt gehts rund her. P90 hat mir ne UMP genommen. Was machen wir jetzt? Nochmal A. Jetzt geh ich aber durch die Tür. Ich hasse dich. 6 AP, gell? Deine Mutter hat 6 AP gezogen. Äh, jetzt gehen alle da lang, oder was? Keine Ahnung, ich warte einfach. Chillt doch. Chillt doch einfach ihr euer Leben. Ist auch nicht geflasht, ne? Nee, der hols weg, der hols weg, der hols weg. Ah, nein, da ist noch einer. Oh mein Gott. Ich geh auf A. Ich geh auf A. Heaven ist frei. Äh, A ist frei. Wir werden jetzt sowieso durchgefickt von denen, sorry. Ich guck Heaven. Du guckst nicht mehr Heaven, Sven. Ich guck Heaven. Ich guck Heaven. Heaven ist einer. Alter, fall doch um. Fall doch um. Warum stirbt der denn nicht? Uiuiuiuiui. Ich krieg Heaven... Alter, diese P90, ne? Ah, ist hier. Oh mein Gott, Alter. Was? Was denn? Wo denn? Wurensohne. Ja. Na gut. Ach, ich hab ihn doch noch getroffen. Ich würde die Aabe gerne nehmen. Das ist ja nett. Ich hab sie für dich. Ich hab's gesehen. Aber Heaven hast du nicht geguckt, ne? Halt die Fresse, du Spissi. 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 Ey, wir haben eine Runde geholt. Wir müssen nicht unterm Tisch durchkrabbeln. Ist doch schon mal schön. Ja. Ich bin happy, ey. Jetzt haben wir zwei Arven. Das ist cool. If you're happy and you know it, clap your hands. He he he. Keiner klatscht. Ja, keine Ahnung. Wollte ich einfach nur ärgern. Keine happy. Holy shit. Holy shit. Eine Hand in der Hose, ne? Boah. Du hast den Smoke, oder was? Ah, ich weiß nicht. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab die ganze... Keiner kotiert uns, okay. Nur auf dir denn hin. 3P90. What the fuck. Okay, ja gut. Die Runden haben dann wieder verloren. Alle auf einmal. Jetzt rein, 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 rein. Du bist ein Spatten, ey. Ja. Hat super funktioniert. Hey, das hat ja echt ein... Das hätte durchaus klappen können, man. Ja, halt aufs Maul, ey. Ich bin einfach nur realistisch. Ne. Total. Das hat nichts mehr mit Realismus zu tun, ey. Ne? Na gut. Bezweiflung. Alle außen, außen, außen. Wobei eigentlich gar nicht so ne schlechte Idee. Achtung, da kommt einer. Ne, jetzt geht er wieder. Da kommt er. Jetzt kommt er. Eine muss einfach vorgehen. Am besten, ja, die P90 geht vorher. Ja, oder die AK geht vorher. Sollen wir recht zeigen. Oh, ich hab gebeten. Ich hab gebeten. Ich hab gebeten. Das hat gegessen, ey. Gessen? Was hat er denn gegessen? Oh, fuck. Oben, oben. Ha, komm, kack die Wand an. Okay. Nee. Äh. Ekelhaft, Leute. Bob Marley, ey. Geh einen Kiffen, du Schmuck. Hallo, was ist das? Ich hab mich denn hier hoch. Alter. Da. Naja. Das ist der Main. In dem drinnen da. Direkt hier unten. Oh, das ist wirklich blöd. Ich hab irgendwie auch gar keinen Bock mehr auf Zocken. Ich weiß nicht. Also ich fäll dir ja full ein. Also ich meine, dass ich und ich war die Ringe schlecht. Ich hab einfach keine Lust grad zu spielen. Ich bin allein. Oh, Clencher Kick. Allein, allein. Allein. Puh. Klatsch. Clashbang tot. Kein Kommentar. Ja. Sag mal so, ey. Herr U hat nen Kill, da ist auf jeden Fall was drin. In der Runde. Puh. 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 Ey komm mal immerhin, verlieren wir nicht 16-0. Ich mein, come on. Ja. Lass alle nochmal Dings rushen. Nach B. Ich würd sagen, wir messern jetzt einfach nacheinander, jeder einmal unseren anderen Teammate, bis wir alle gekickt wurden, dann sind wir raus. Kommt der jetzt? Da der andere Kollege kommt gar nicht mit. Soll jetzt alle durch. Alle, alle rein. Alle durch. Alle durch. Hol dir den. Yay. Einen hab ich. Wo ist die Awe? Der ist nicht hinter den Kisten, der ist unten. Der ist unten. Ja, der steht. Ich bleib hier, ich bleib nicht hier runter. Ha! Ich hab ihn! Hahaha! Du alle! Es hat funktioniert! Noch zwei Leute. Oh, warum mach ich denn jetzt? Ist hier ne Waffe irgendwo? I'm blending the bomb. I'm blending the bomb. Bending the bomb. Bomb has been blended. Einer könnte noch Rampe kommen. Ja, ich guck, ich hab Rampe. Hat einer die Awe mitgenommen? Ja. Ist gut. Guck mal, da kauf ich einmal wieder hier meinen, äh. Ah, heißen Scheiß drauf. Karamellisierten Apfel. Meine Fris. Ist kein Energy Drink heute. Und da läuft's wieder. Ne. Ich hab nur ein Eisteel im Kühlschrank. Läuft feucht in der Hose. Ich geh da mal. Wird mir ein bisschen piepsig hier. Oh, da oben ist ja einer. Du Huren so, was? Und das Leben so, was? Raven hat einen Teamkameraden angegriffen. Toll. Ui. Ui. Das hat ja fast gescheppert, ey. Toh, die sind gestorben. Ich hab gedacht, ich... Was auf was schieß ich denn da? Loll. Ach, die wunderschöne McTain-Candy-Apple. Wolltest du die aber haben, oder was? Icke. Das machen wir jetzt nochmal. Ich nochmal. Ja, dann gibts einen Fabi, wenn der so will. Das machen wir jetzt nochmal. Das war extrem geil, ey. War das geil? War das geil? War das geil? Nein. Los, los, los. Ja. War da einer auf Kran noch plötzlich? Das weiß ich nicht. Der eine, der ist gar nicht losgelaufen beim letzten Mal. Jetzt hat er gemerkt. Hey, wir haben eine Runde gewartet. Ich spür mal wieder mit. So, wer das jetzt geil fand, der muss jetzt mal einen Daumen nach oben geben. Daumen runter. Fishing for Compliments. Wach. Nice. Let's say, hinten noch eine hinter der Kiste. Denn nach dem Kran sagt nice. Oh. Hier Dingens. Hinter der Kiste ist keiner. Der ist unten. Oh, da. Oh. Bin ich hängen geblieben. Nee, da ist keiner. Rechts, Herr O. Fuck, an der Leiter. Zwei Stück. Ja, er da. Oh mein Gott. Ja, hallo. Du Skiller, ey. Noch einer. Hallo, noch einer. Ah, ja, ja. Du wirst gekickt aus dem Team, ey. Hätte ja klappen können. Boah, geht mir das auf die Nerven, ey. Ich hab mehr als dieser Raven-Typ hier. Ach so, ich spiel noch mit. Ja, zugucken ist nicht. Fabi, du Fisch. Wir gehen jetzt alle durch die Tür raus. Also bei A durch die kleine Tür, die man aufmachen kann. Weil da können die uns von Heaven ist sofort sehen, weißt du? Ja. Und dann gehen wir alle, dann gehen wir alle nach Main. Und dann gehen wir, äh, raus. Und dann die Treppe runter nach B. Ist das ein Plan? What the fuck? Klingt toll. Ja, aber das funktioniert. Es wird funktioniert. Ich bin wieder der Idiot, der vorläuft. Ja, raus. Schieß einfach auf Heaven. Raus, raus. Weiter, weiter. Keine Sau da. Keine Sau da. Ja, lauf, lauf. Weiter, weiter. Das ist ein scheiß Plan gewesen. Na egal. Das war kein scheiß Plan. Lauf einfach, lauf, lauf. Ich lauf doch. Sag mal. Kann man, kann man ja helfen? Ja, jetzt nicht mehr. Wo ist denn die Bombe jetzt? Ja guck mal, wir haben zwei fucking Kills gemacht. Draußen oben. Drei sogar. Weil der einen gekillt hat. Ach, bin ich jetzt wieder der Letzte? Hey, ihr seid echt so ein paar. Warum lässt sich da jetzt gegenseitig? Rechts ist alle. Ist feuchts. Boah, nice, ey. Wenn wir mit uns gegen eins, Niklas, Junge, ja? Hier, mach mal was. Klatscher Kick, du Bastard. Halt doch einfach mal die Fresse jetzt. Die Frage ist, wo fliegt mir die Bombe hin, ey? Ja, guck doch die Map an. Konzentralisierung. Ist das bei Ali? Ja. Das war eine halbe Meister. Boah. Oh mein Gott. Jaaaaah. Die Arme liegt oben. Da komm ich nicht mehr hin. Ich find den Plan so geil. Du hättest die einfach runterschießen können. Hab ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Boah, bist du blöd, ey. Ja. Ach komm, halt die Fresse. Ich hab grad die Runde geholt, ja. Weiß, was wir jetzt machen? Sei mal ein bisschen stolz. Bitte, wenigstens. Ein bisschen. Nochmal genau dasselbe. Dein Ernst? Ja. Weißt du, dir ist schon klar, dass das nicht so gut geklappt hat, wie du dir es grad einbildest. Erstmal smoken erst. Dann mach mal die Tür auf und wir smoken. Wieso machen wir das nicht? Ich hab keine Ahnung, weil das ist total advanced. Wer macht das an der Scheiße? Geronimo! Ja. Keiner läuft. Geil, Leute. Geil. Er hat nen Head auf Heaven. Der ist doch geil. Ich bin halt tot. Ich bin halt für dich gut. Ich bin halt für dich gut. Ah, fuck ey. Ja, wir sind ja gestorben. Boah, bist du blöd? Von wo hat'n der jetzt geschossen? Ach, fuck ey. Geil. Die kommen über Radio. Zwei mindestens. Und da liegt jetzt auch die Bombe. Nice. Come on, Fabi. Den holen wir uns, den Ficker ey. Gehen beide rein. Beide rein. Wollen wir nachladen auch? Da ist er. Baaaaam. Deine Mutter, du. Hahahaha. Oh Gott, was ist heute hier los ey. Heute haben wir echt alles Niveau in den Keller gesperrt. Ich find das so gut grad, ne. Hat noch einer Geld, irgendwie? Was brauchst'n. Ja, guck mal, das Team ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Bloß nur eine, der 15 Kilogramm hat. Wollen wir das nochmal machen? Oder meinst du, meinst du, die safen jetzt? Ich würde mal außen jetzt lang gehen sogar. Ja, gut, dann geht nach das, was ich gerade gemacht habe einfach, ja? Nee, wir gehen jetzt einfach mal außen lang. Die haben bestimmt Angst. Ah ja, geil. War ein bisschen spät. Ja, war ein bisschen spät. Ja, die war echt gut. Der hat nämlich noch alles gesehen. Warum seid ihr alle gestorben? Oh shit, ich hab das Dach voll gemacht. Ja, auf A ist einer. Direkt in der Ecke. Off Heaven. Aber das braucht ihr jetzt auch nicht mehr groß machen, weil ihr seid ja so gleich tot. Ja. Wer trinkt denn da so offensichtlich? Oh man. Nicht ertrinken. Wer trinkt denn? Schweine. Was? Fick dich da jetzt weg mit seiner Sniper. Wenn du da durchgehst, rechts oben war einer. Oh mein Gott, was ein Callout, ich bin so geil. Rechts oben, der ist auch auf dem Wendler. Ja, das war doch rechts oben, Bastard. Was willst du jetzt machen, ne? Was willst du jetzt tun, ne? Oh, bist du schon mal da? Siehst du rechts oben, ne? Schön. Ach du heilige Scheiße, was war denn das? Hier, die dreckige Sokka hat schon einen. Oh, Sniper-Duell. Und jetzt wieder. Dann dreht er sich einfach oben, ja? Tja. Der will einfach nicht. Ja. Letzt lieber den Rücken schießen. Wollen wir erstmal außen lang? Ne, ne? Ja, Amos hat keine Mehrheit gefehlt. Lass, lass was... Ne, okay. Lass wieder A einfach machen. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Genau daselbe. Lass wieder auf B, lass auf B. Die haben überhaupt keinen Fokus mehr auf B. Lass nur einen Typ mit einer Sniper und den ficken wir jetzt weg. Okay? Mit wem du heute schon alles Geschlechtverkehr hattest, ey. Unglaublich. Ich hoffe, ich hoffe, du verhütest. So, weißt du? Morgen hast du Syphilis und... Ach, keine Ahnung. Was gibt's noch alles? Alles, was geht. Hauptsache auch nicht mit seiner Mutter. Ja, die sind beide bei der Kiste. Puscht jetzt raus. Puscht raus. Ihr müsst raus. Welche Kiste denn? Unten oder was? Boah, ich seh nichts. Geil. Maaai. Das ist so ein Abgemurkser. Das ist so schlimm, ey. Das war sehr erfolgreich. Ich freue mich, kunst tun zu können, dass der Plan erfolgreich aufgegangen ist. Ja, total. Der hat sehr gut geklappt. Der hat einen Plan. Du bist schon echt so ein Profi. Sven. Hey, die Ausführung der anderen, der hat's gehabt, oder? Mhm. Immer die anderen, ne? Ja. Ja, vor allem deine Mutter. Die schlägt schon. Tut mir leid. Ja. Hier ist außen langer Sniper. Ja, das wird bestimmt was. Du bist so misstrauisch, ey. Arschloch. Willst du mich mal boosten hier, über die Kiste? Nee. Ich habe leider keine Lust. Wart mal doch einfach mal. What the fuck happens? Guckt einer Radio so ein bisschen? Nee. Ich gucke. Ich habe noch einen gekillt, ey. Das ist echt. Ich will nichts mehr hören von dir. Ich habe einfach gejumpshotet den Trip, ey. Achso, die Runde läuft. Sag doch mal was, ey. Ich stehe hier. Bist du blöd? Bist du doof, oder was? Nee, wir hatten extra eine Pause eingelegt. Radio. Zwei. Mensch, das ist ja blöd. Jetzt wird ich natürlich richtig scheiße. Geh zurück. Komm vor. Komm, gehen. Schon wieder. Ja. Ich hoffe jetzt, dass keiner hinter mir kommt. Und dass ich mit dir jetzt da rumkomme. Oh, wenn du. Nein. Halt doch mal das Maul jetzt. Wer ist denn hier schon tot? Es hat wieder an der Ausschuhung gehapert, Mann. Nein. Weißt du was? Jetzt lief der. Alles klar. Nee. Nee, den Gefallen tue ich ihm nicht. Nee, den Gefallen tue ich ihm nicht. Das ist kein Gefallen, weißt du. So, kauft mal schwer einen. Soll ich mal einen Autosniper kaufen? Das ist die letzte Runde. Ja, nicht das war. Ja, komm, jetzt ist auch alles egal. Ich habe es getan. Ich habe es echt getan. Ich habe es dann jetzt wieder mit Ansage. Ey. Eine Zwischenfrage. Kennt ihr eigentlich schon das Lied von Mark Forster? Ich wäsch mich nochmal. Fick. 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 Aber er singt sich nur einmal. Ganz schön witzig manchmal, ne? Also, nicht wirklich. Boah, du bist so ein Wichser, ne? Jetzt mach mal was mit deiner Autosniper, du Pennyblasch. Das war ich. Ja, ich guck doch schon. Ich schieße hier. Lauft halt jetzt mal. Lauft auch mal. Tut mal was vorher, gell? Ja, rein geht's hier. So, ich muss nachladen. Ich muss auch nachladen. Die Ladung, die er gerade rausgeschossen hat. Seid ihr blöd oder was? Wend. Ne? Wir hauten da wieder auf die Tastatur, ey. Ich hab nix zu tippen. Wir hatten der mich gekriegt. Es hat gescheppert. Wir hatten der mich gekriegt, der hat doch schon geschossen vor. Boah, da ist der Scheppert, ey. Wo war denn der? Der, 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 der Rampe. Der, 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 der. Ja, ich war der. Ah, da ist er doch. Ah, fuck it, ey. Oh, Niklas Auto. Ah, von oben kommt einer. Ja, da war der Niklas. Ah ja, ich hab eben noch gesagt, ich hör, glaub ich, einen. Dann hab ich mich weggedreht. Wecht. Dann kam er doch. Fühlt die Weihnachtsbeleuchtung schön? Hä? Mein Gott, was ist das denn für ein sinnloser Schritt? Das brauchst du ja scheiße. Ja, ich würd mal sagen, das, äh, kriegen wir noch hin. Ach, das drehen wir jetzt noch, weil wir sind jetzt CT und dann läuft. Ah, Gott. Das ist echt so ne Abspaßrunde, ey. Er hat YGG. Mhm. Stupid Riesens. Wie er sich aufregt, Alter. Jetzt geht's noch. Ich geh. Hä? Hä? Believe, my friend. Believe. Stairway to Heaven. Was ist die Team? Wir laufen aus, Lemme. What the fuck, ey. Ich bin so... Alle? Alle? Mh... Einer. Achso, wir sind ja jetzt... Einer? Ja, alle. Wir sind unten drin. Mh... Mh... Ich bin so fucking... Hallo, Stefan! Ja! Ich hab ihn nicht gehofft. Alter, ja, jetzt ist der natürlich da, Ben Dreinger. Der hat... Ich hab nicht mal gehört, dass der den aufgemacht hat. Ah, Mann, ey. Ich hab ihn schon gehört. Lol. Hallo? 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 Ich kotze im Strahl. Ich hab ihn auf A, du... Ich hab ihn schon auf B. Ich hab ihn auf B. Du- Echt? Zu viert auf B. Zu fünft, die haben schon geplantet. Nur mal so. Okay, cool. Das Piepen ist irgendwie schon... Oh. Aha. Kammer Ninja. Ja. Ninja... Wenn das was wird... Ja, hat sich doch schon einer gesehen. was ist das denn? Wie ist das denn? Bis spät, Mann. これ, ey. Ich bin so ein volles famous. Das ist echt so schlimm, das ist echt so schlimm. Wer? Du? Ja. GG. Oh oh. Boah, die Runde hätten wir uns sparen können. Ja, ich glaub schon, ne? Aber ihr wollt ja... Wer ist denn nicht ihr? This game is fun. Oh nein. Oh, die kommen von Radio? Echt? Ne. Hör mal auf, ne? War mindestens 2. War mindestens 100, ey. 1? 2? 3? Was kommt denn der jetzt hier hin? Alter, das ist ja der... Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja der B. Boys? Also bei mir war gerade einer im Heaven. Schätz mal unten. Bäh. Ja, ist bäh. Alter, diese Leitern, ne? Ich weiß immer mal, wie mal die... Ah, so gehen wir die runter. Hab mir da was gelernt. Fassbar, ne? Boah, egal. Un-fucking-fassbar. Oh, da ist einer. Niklas Links. Was? Läuft denn der durch meine Schüsse durch? Ja, komm, leck mich, ey. 53. Wir haben ab. Geil. Die Waldfee, ey. Pfff. Schau mal. Ja, bitte. Man kickt mich halt. Und irgendeiner von euch Spasten hat auch noch Ja gedrückt. Das ist noch das Schlimmste. War bestimmt der Sven, der Schmuck. Hat noch einer Ja gedrückt. Alter, seid ihr scheiße. Ist doch eh nix geworden, ne? Achso. Na dann. Sorry. 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 Ich mach es wenigstens mit Absicht. Er mag uns. Ich mich näher. Sind die schon bei B oder was? Geh nach unten, ne? Ja, die sind ja schon unterwegs. Da, die kommen an der Seite durch. Irgendwo. Mah. Hörst du mir nicht so gut an, ne? Ne. Ja, die sind unten bei B schon. Boah. Einer ist auf A gewesen. Oh, den hab ich. Bin ich jetzt der Letzte? Ne. Gegen drei. Würde mich ja verarschen. Ja. Das ist ja toll. Ja. Hat ja gut geklappt. Ja. Was macht der denn da immer? Ich hab grad so'n Zucken im Finger grad, wo ich hier stehe. Ach, hier ist ja alles teurer. Scheiße. Dreck. Ach, ich lass es bleiben. Der will mich vom TS kicken. Ach komm. Ne, dich nicht. Ich wollte den anderen Typ hier grad messern. Alter, was geht jetzt hier? Der Schmuck. Hat der für ein Problemchen gerade. Hier in den Außenland glaub ich. Das sind so richtig fette Terroristen, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah, die gehen da A, du. Geht mal. Oin. Oin, ups. Hä? Wo mon dat jetzt? Ach. Am Tor bei A ist irgendwie einer. Ach, da�. Mithin cro gespannt. Ich bin schon wieder so useless. Darf ich ihn messern? Ja, lass ihn einfach mal alle so richtig kaputt schießen. Alle drehen sich direkt auf ihn und schießen ihn kaputt, ok? Ok. Ich hab schon einen. Ey, noch nicht auf mich. Ich bin rausgeworfen worden. Ich auch. Oh, jetzt bin nur noch ich da. Macht das nicht euer Ernst. Oh, 29 Minuten Sperre. Können wir heute keins mehr machen. Ich auch. Wart mal. Knife. Oh, die Lusche, ey. Ich wollte mich noch messern. Haben sie nicht mitgemacht. Das ist ja scheiße. Oh, ich hab ne Kiste gekriegt. Das ist ja ein Ding. Für was das denn? Oh, Mann. Fass auch. Unfassbar. Das war ein Silber? Das war ein Silber? Das war ein Silber-Gegner, Leute. Ey, ich... Was? Ich bin auch schon runtergerenkt worden. Und tschüss. Unwassbar.